Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei ORF3 aktuell am Abend. Oft ärgert man sich ja, wenn der Wetterbericht daneben liegt, aber in diesem Fall wäre es wohl doch besser so gewesen. Leider sind die Prognosen der Meteorologen richtig gewesen. Starker Regen sorgt vor allem im Süden Kärntens für Chaos. Die Feuerwehren sind aktuell im Dauereinsatz. Ende ist so schnell keines in Sicht. Für die Ortschaft Leubach im Bezirk Völkermarkt und für St. Paul im Lavantal ist der Zivilschutzalarm ausgerufen worden. Der Krisenstab hier in St. Paul im Lavantal heute Nachmittag. Es geht um die Frage, was tun, wenn die Niederschläge anhalten. Für die kommenden 24 Stunden sind hier weitere 50 Millimeter Niederschlag vorhergesagt. Laut den Meteorologen, nicht viel könnte man meinen, doch der Boden kann kein Wasser mehr aufnehmen. Ein Hochwasserereignis droht, so prognostiziert im 30-jährlichen Ausmaß. Und unsere Hauptsorge gilt natürlich der Situation entlang des Granitzbaches. Und da sind die Niederschläge eben so prognostiziert. Da haben wir heute schon ein 100-jährliches Ereignis gehabt, das aufgrund des wassergesättigten Bodens wieder mit einer sehr kritischen Situation zu rechnen ist. Und deswegen dort ist es so, dass wir haben da mittlerweile das Hochwasserrückhaltebecken. Das konnte abgesenkt werden, das heißt, das wird bei Niederschlägen wieder einiges aufnehmen. Aber eventuell nicht genug. Und das heißt, wir warnen zumindest jetzt betroffene Bevölkerungsteile vor, dass es eine Evakuierung geben kann. Nicht nur in St. Paul im Lavantal selbst werden etliche Keller ausgebombt, sondern auch in den umliegenden Ortschaften. Hier wird alles getan, um das Eindringen des Wassers zu verhindern. Denn entlang der Lavand könnte es bis morgen noch ernst werden. In der Siedlung, in der Industriestraße zum Beispiel, haben die Bewohner das Nötigste bereits gemacht. Man denkt halt drüber nach, jetzt ist das Haus gerade erst gerichtet, also bei der Fertigstellung und jetzt kommt wieder das Hochwasser. Hoffentlich wiederholt sich's nicht, so wie 2004 gewesen ist. Es wäre halt traurig, wenn dann, was wir gerichtet haben, wieder alles kaputt ist. Ja, wir müssen nur schauen, dass wir alles verbarrikadieren und schauen, was kommt. Ich weiß auch nicht, wie viel Wasser kommt. Ihr werdet auch bereit, das Haus zu verlassen? Ja, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Die kommenden Stunden sind also entscheidend. Das letzte Hochwasser hier, sagen uns die Bewohner, hat es im Jahr 2008 gegeben. In St. Paul im Lavantal wird jetzt am Abend auch Verstärkung aus anderen Bezirken Kärntens erwartet, unter anderem 30 Mann der Pioniere des Bundesheeres. Nicht nur Kärnten, auch die Steiermark ist von den Unwettern betroffen. Allen voran die Bezirke Deutschlandsberg, Leibniz und Südoststeiermark. Auch für sie wurde eine Zivilschutzwarnung ausgegeben. 125 Liter pro Quadratmeter Regen wurden bisher in Leibniz gemessen. 111 waren es in Deutschlandsberg. Die Böden sind bereits nass und können kein weiteres Wasser mehr aufnehmen. Murenabgänge und Überschwemmungen sind die Folge. Zeitweise waren heute außerdem bis zu 4000 Haushalte ohne Strom. Die Einsatzkräfte sind seit einem Tag praktisch im Dauereinsatz. Eine Pause wird es für sie in der kommenden Nacht nicht geben. Erst morgen Mittag soll der Regen langsam weniger werden. Und auch in Slowenien haben starke Regenfälle zu Hochwassern geführt. Dabei sind drei Menschen gestorben. Für den Norden des Landes ist die höchste Alarmstufe ausgerufen worden. Wir kommen jetzt nach Vorarlberg. Dort sind ja Mittwoch mehrere Büros der Krankenhausbetriebsgesellschaft KHBG durchsucht und fünf Personen verhaftet worden. Es geht um mutmaßlichen Betrug in Millionenhöhe. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Bauabteilung der KHBG. Karin Stecher berichtet. Bei den Verdächtigen handelt es sich um aktive und pensionierte Mitarbeiter der Krankenhausbetriebs-GSmbH. Sowie um einen Mitarbeiter der Firma Siemens. Sie stehen unter dringendem Verdacht über gefälschte Rechnungen, Betrügereien im großen Stil über Jahre hinweg begangen zu haben. Die betroffenen Krankenhausmitarbeiter sind in U-Haft und fristlos entlassen worden. Auch die Automotiv-GmbH-Firma Hirschmann ist durch solche Praktiken geschädigt worden. Aus dem Büro des Landeshauptmanns Markus Wallner heißt es zur Causa Betrugsskandal, man prüfe jetzt, ob man Siemens auf verlorene Gelder klagen werde. Im Landhaus läuft bereits eine Prüfung, welche Berührungspunkte es mit Siemens gibt. Heute ist der sogenannte Equal Pension Day. Das ist jener Stichtag, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben wie Frauen erst bis zum Jahresende. Nachdem heute erst der 4. August ist, bedeutet das, dass Frauen in etwa 40 Prozent weniger bekommen als Männer. Darüber spreche ich gleich mit Alissa Schneebaum von der Uni Wien. Vorher ein Bericht von Vanessa Gruber. Es klafft eine Lücke zwischen den Männer- und Frauenpensionen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Frauen arbeiten besonders oft Teilzeit. Während rund jede zweite erwerbstätige Frau einen Teilzeitjob hat, ist es bei den Männern rund jeder zehnte. Das hängt oft auch mit der Kinderbetreuung zusammen. Die wird zum Großteil von Frauen übernommen. Frauen gehen auch öfter und länger in Karenz und früher in Pension. Die kürzeren Versicherungszeiten seien aber nur ein Teil der Erklärung für die geringeren Frauenpensionen. Die Arbeitszeit ist natürlich relevant, aber viel relevanter ist eben das Einkommen. Es gibt Jobs, wo auch in Teilzeit ich mehr oder minder über die Runden komme. Und es gibt Jobs in Österreich, besonders für Frauen, wo ich auch in Vollzeit nicht über die Runden komme. Hinzu kommt, in Österreich haben rund 10 Prozent der Frauen über 65 gar keinen Anspruch auf eine Pension. Eben, weil sie zu wenig Versicherungsjahre sammeln konnten. Zu diesem Thema bin ich jetzt mit Alissa Schneebaum verbunden. Sie ist Assistenzprofessorin der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Wien und forscht vor allem zur Rolle der Geschlechter in wirtschaftlichen Prozessen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Heute ist also der Equal Pension Day, der Tag, an dem Männer bereits so viel Pension bekommen haben wie Frauen bis zum Jahresende erst. Da gibt es einen Unterschied von 40 Prozent zwischen den Geschlechtern. Wie macht sich das in der Realität bemerkbar? Leider sehen wir, dass in dem Altersarmut unter Frauen viel höher ist. Viele Frauen, nachdem sie so wenig Pension bekommen, haben leider nicht genug Geld, um ihr Leben angenehm zu gestalten. Jetzt gibt es österreichweit auch Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Vorarlberg, dass es Schlusslicht ist, war der Pension Day schon am 11. Juli. Wie ist denn das erklärbar? Das ist erklärbar genau, wie wir überhaupt den Gender Pay Gap verstehen können. In Vorarlberg ist der Gender Pay Gap der größte im ganzen Land. In Wien ist es der kleinste. Und da der Pension Gap ist ein Resultat von Gender Pay Gap, ist es klar, dass in Bundesländern, wo der Gender Pay Gap so hoch ist, wird der Gender Pension Gap auch so hoch sein. Da gibt es also einen Zusammenhang. Was ist denn aber generell ein Grund dafür, dass Frauen um so viel weniger Pension bezahlt bekommen wie Männer? Es ist nicht nur eine Verbindung, es ist eine sehr, sehr starke Verbindung. Der Grund, der Hauptgrund, warum Frauen so viel weniger Pension bekommen, ist genau, weil im Laufe ihres Lebens hat eine Frau viel weniger bezahlte Arbeit geleistet. Dafür hat sie viel, viel mehr unbezahlte Arbeit geleistet. Diese unbezahlte Arbeit wird aber nicht berücksichtigt in ihre Pension. Wenn ein Leben lang die Frau weniger bezahlte Arbeit gemacht hat, wird sie dann weniger Pension bekommen. Zu dieser unbezahlten Arbeit zählt unter anderem oft auch die Kinderbetreuung. Was kann denn unternommen werden, damit sich künftig auch mehr Männer darum kümmern? Ja, also das Hauptding, was sich ändern muss, ist auf jeden Fall geänderte soziale Normen und soziale Regeln. Österreich ist ziemlich weit hinten damit. Aber viele junge Männer wollen eigentlich in Karenz sein. Sie wollen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, haben oft aber das Gefühl oder den Eindruck oder sogar die Information, dass das nicht in Ordnung ist. Das ist für ihre Firmen nicht okay. Oder von ihrem sozialen Umfeld, dass das nicht in Ordnung ist. Diese Ideen von wie sich Männer zu verhalten sind, nämlich bezahlte Arbeit machen und wie sich Frauen zu verhalten haben, nämlich sich um die Kinder kümmern, das muss sich mit der Zeit ändern. Das tut sich, aber wir müssen noch weitergehen. Das ist das Wichtigste, was wir ändern können. Da braucht es also ein gesellschaftliches Umdenken. Aber was kann auch die Politik tun? Gibt es etwa genügend Kinderbetreuungsplätze aktuell? Selbstverständlich ist das ein großes Thema, dass wir überall in Österreich, nicht nur in Wien, Ganztag und gratis Kindergartenplätze. In so vielen Orten in Österreich, das werden alle ZuschauerInnen wissen, so viele Plätze. Es gibt einfach nur bis 12 Uhr Kindergarten. Und dann, wer, jemand muss das Kind abholen. Das ist oft die Mutter, weil ihr Job ist gemacht, dass es flexibler ist. Also selbstverständlich brauchen wir Ganztag und gratis Kindergarten überall in Österreich. Damit sprechen Sie bestimmt vielen Eltern aus der Seele. Alissa Schneebaum, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Weitere 19 Jahre Haft, so lautet das heutige Urteil für den russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Der Oppositionspolitiker ist nicht zum ersten Mal verurteilt worden. Schon jetzt sitzt er eine Haftstrafe von 11,5 Jahren in einer Strafkolonie ab. Im Prozess wurde ihm vorgeworfen, Anführer einer extremistischen Organisation zu sein. Nawalny selbst hatte mit einer Verurteilung gerechnet. Der 47-Jährige prangert seit Jahren Korruption und Machtmissbrauch der russischen Führung rund um Präsident Putin an. Seine Unterstützerinnen und Unterstützer führen Nawalny's Arbeit seit seiner Inhaftierung vor zweieinhalb Jahren aus dem Exil fort. Das Urteil des russischen Gerichts wird international kritisiert. Wird uns der Regen am Wochenende erspart bleiben? Lässt sich die Sonne wieder blicken? Das finden wir jetzt heraus. Hier ist der Wetterbericht. Ein überwiegend nasser Samstag steht bevor und der Regen kann nicht nur im Süden, sondern auch an der Alpen-Nordseite Probleme bereiten. Kühl bei maximal 14 bis 20 Grad. Am Sonntag insgesamt weniger Regen und etwas mehr Sonnenfenster, aber weiter unbeständig. Im Süden mitunter auch gewittrig, im Norden sehr windig. Worum es diesmal in Kultur heute geht, das erfahren wir jetzt von Anni Gülgünemeyer. Die Oper Orfeo et Euridike feiert heute Abend Premiere bei den Salzburger Festspielen. Weiters werden uns die beiden Vetter aus dem Jedermann ihre kommenden Highlights der Salzburger Festspieler präsentieren. Und außerdem gibt uns Schauspieler Markus Freistetter seine Lieblingsmusikpreis. Und ich freue mich schon riesig auf den Hauptabend heute in ORF 3. Manche mögen es heiß um 20.15 Uhr. Bis dann! Das war ORF 3 Aktuell am Abend für heute und für diese Woche. Am Montag startet dann wieder ORF 3 Aktuell am Vormittag. Und am Montag gehen auch die Sommernachgespräche in ORF 3 los. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein schönes und geruhsames Wochenende und darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017